Hallo Nation, seht euch nur dieses Statement von Hamann zum BVB an. Aber zunächst einmal, wenn Sie ein treuer Fan von Borussia Dortmund sind und mehr Informationen wie diese möchten, empfehle ich, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, da ich alle Neuigkeiten verfolge und sie hier aus erster Hand auf dem laufenden Hals sind. Zurück zum Thema. Zerugirassi wechselt zum BVB. Der 28-jährige Stuttgarter Stürmer hat sich bereits für einen Wechsel zu Borussia Dortmund entschieden und wird demnächst einen Vertrag bei den Schwarz-Weißen unterschreiben. Flüchtet Niklas Füllkrug in die Schwaben? Das könnte ich mir vorstellen, sagt Didi Hamann bei Triple, der Fußballtok auf Sky. Wenn Stuttgart Interesse hat, denke ich, dass es passieren wird. Immerhin stehen mit Sebastian Haller und Yusufa Moukoko zwei weitere Stürmer beim BVB unter Vertrag. Eine überraschende Aussage des TV-Experten. Verschiedenen Medienberichten zufolge würden die Westfalen gerne Niklas Füllkrug behalten. Torlegende Roman Weidenfeller konterte Hamanns kühne Prognose, Ich glaube, dass zunächst Haller und Moukoko statt Füllkrug abgegeben werden. Es wird viel Arbeit geleistet, um sicherzustellen, dass uns der Überfluss nicht nach einer Saison im Stich lässt. Weidenfeller Ich kann das Gerücht selbst nicht verstehen. Wer in jedem Wettbewerb für Furore sorgen will, braucht auch den richtigen Kader. Damit Sie keine Informationen wie diese mehr Flecken hinterlassen, hinterlassen Sie ein Like auf dem Video, damit YouTube weiterhin Videos für Sie teilen kann. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit Sie keine Neuigkeiten von unserem Team bemerken. Und das ist eine Umrüstung und ein Abschied.